Eine weitere Yoga Basic Standard Asana, die Kopfkniestellung. Dafür nimmst du dir, wenn du hast, einen Gurt, einen ganz normalen Gürtel oder einen Bademantelgürtel. Du setzt dich aufrecht hin, ziehst nochmal deine Sitzbeinlöcke nach hinten, Fußzehen zu dir heran. Nimmst du deinen Gurt um deinen rechten Fuß herum, mach dich einatmend nochmal lang und ausatmend darfst du nach vorne sinken. Und wenn dir das hier zu ungemütlich ist, dann nimm deinen linken Fuß heran, dein linkes Knie geht zur Seite, einatmend lang, Schultern weg von den Ohren und ausatmend kippst du nach vorne. Und dann kannst du hier ein bisschen spielen, einatmend Brustbein aufrichten, ausatmend wieder nach vorne kommen. Einatmend Brustbein aufrichten, ausatmend nach vorne kommen, dynamisch oder du bleibst hier statisch drin. Es geht nicht darum, wer die Hände hier vorne hinbringt, du kannst deine Hände auf den Oberschenkel ablehnen, Knie oder Unterschenkel. Kein falschen Ehrgeiz. Und wenn du möchtest, dreh deinen Kopf, deinen Nacken freut sich, richte dich dann langsam wieder auf, mach eine Bewegung, die du machen möchtest und wechsel dann die Seite. Auflösen, ausschütteln und viel Spaß.